Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von sauberhaft-stempeln.de Na, was meint ihr, was passiert aus solch einem getrockneten Gras, diesem Stempelset und noch ganz vielen mehr? Diesem Designerpapier Pekanus Farbkarton und dem wundervollen Designerpapier Heilige Nacht, das wir in dem letzten Winni-Katalog Herbst-Winter von Stampin' Up hatten. Ja, ihr könnt gespannt sein. Es wird etwas ganz, ganz Großartiges, was ich euch heute hier zeige auf meinem Basteltisch. Ich werde es nicht mit euch basteln, aber ich zeige es euch ganz im Detail, dass wer Lust hat, es einfach nachbasteln kann. Und für alle, die sagen, nein, das ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig, dann lehnt euch einfach zurück und genießt das Projekt in all seinen wirklichen Details. Und ja, ich kann es gar nicht sagen, wie viel Herzblut und Freude in diesem Projekt steckt. Ich habe es einfach nur geliebt und es ist für einen Herzensmensch. Und da kann das einfach gar nicht schön genug sein. Aber jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter, denn ich zeige sie euch. Das ist sie, das Projekt, das ich gebastelt habe. Das ist meine wirklich wahnsinnig große XXL-Explosionsbox. Also das mutet hier an. Ihr seht das schon. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Innen müssen wir, glaube ich, gleich mal wieder etwas aufrichten. Das hier seht ihr schon. Das ist ein Koffer. Das ist der super coole Henkel, wie ich finde. Also man soll es vielleicht nicht da dran halten, aber man hebt es am besten sowieso die Explosionsbox von unten, wie ich das jetzt mache. Und es gibt ein Flugticket. Es gibt ein drei-goldene-Sterne-Flugticket. Und das drehen wir um und dann seht ihr schon, wo die Reise hingeht. Nämlich, tataa, in den Oman. Also das ist quasi eine Reisekoffer für eine Reise in den Oman. Und ich würde sagen, ich öffne das Ganze jetzt einmal für euch und wir genießen es auf jeden Fall erst einmal miteinander. Also eins, zwei, drei, ihr Lieben. Das ist nun quasi innen diese Explosionsbox und ich versuche sie ein bisschen besser ins Bild zu bringen. Der Pick-up, den fahren wir mal auf die Seite und dann komme ich ganz nah hin und dann seht ihr schon die heilige Nacht, das Designerpapier und die Kamele. Und dann haben wir hier ein Zelt mit einer Tee, ein Zelt mit einer Tee-Zeremonie. Ich hoffe, jetzt ist es scharf. Und hier haben wir wieder das Kamel und wir haben hier vorne das Meer und die Einschübe. Und wie gesagt, hier kommt der Pick-up. Genau. Und das ist einfach so ein bisschen meine Vorstellung von dem Land-Oman, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe. Es ist die weltweit größte Sandwüste, die wir haben. Und es gibt, wie gesagt, sehr viel Sand, sehr viel Steine, aber es gibt auch das Meer und diesen Kontrast, den fand ich einfach wunderbar und den wollte ich auch aufgreifen. Und ja, ich würde euch jetzt quasi ein bisschen erklären wollen, wie ich diese Box gestaltet habe. Und dazu stelle ich das mal auf die Seite und fange nochmal mit dem Deckel an. Also, ihr seht schon am Deckel, das ist hier 20 cm auf 10 cm. Das ist wirklich die große Explosionsbox und da habe ich mir quasi das Designerpapier aufgeklebt und hier mit Kreisen, die habe ich mir halbiert und dann geviertelt und auch hier mit den Blendingpinseln ein bisschen geinkt mit der Pekanus-Stempelfarbe. Und den Henkel, den habe ich hier, da komme ich nochmal ganz nah dran, dann könnt ihr das schön sehen. Also, den habe ich mir hier und hier gelocht und dann die Eyelids reingemacht. Also, mit der Cropped-Dial habe ich hier gearbeitet und das fand ich total toll, denn irgendwie wollte ich diesen Oldschool-Used-Style, dieses Vintage, ein bisschen aufgreifen, denn ich finde, das passt so gut zu dem Thema Sand. Also, dieses Pekanus ist auch wirklich, ja, eine für mich ganz wundervolle Farbe, obwohl ich nicht der Braun-Typ bin, aber es ist so ein schöner, warmer Ton und ja, da passte diese Stoffoptik richtig dazu und deswegen ist es ein Vintage-Koffer geworden. Das Ticket hier, das habe ich mir ausgedruckt, also zweimal und dann mit den Anhängern nach Maß ausgestanzt und hier koloriert und das hat ebenfalls ein Eyelid bekommen und hier hinten das Oman, das habe ich mit dem Stempelset Labeler Alphabet gestempelt in Schwarz. Und der Deckel, der hat noch eine ganz, ganz tolle Besonderheit, denn nämlich auf der Innenseite habe ich mir hier so eine total schöne Karte ausgedruckt vom Oman und dann sieht man hier die, hier oben ist Muscat, das ist ja vielen bekannt und dann gibt es hier das Emirat Dubai und hier ist dann quasi das Meer, der Ozean, also dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt, wo wir hier im, ja, im Osten, quasi im Nahen Osten uns bewegen und hier ist nochmal die Flagge von Oman, sie haben hier so Säbel und so in ihrem Wappen und das ist sonst weiß, rot und grün und das habe ich mir ausgedruckt auf Grundweiß und dann einfach da innen reingeklebt. Also ihr seht schon, allein der Deckel hat viele Raffinessen und, ja, hat einiges zu entdecken. Falls ich es noch nicht gesagt habe, die Maße, die habe ich hier auf meinem Blog zauberhaft-stempeln.de für euch, also die groben Maße von der Box und auch hier, wie groß das Designerpapier ist und so, das habe ich euch da aufgeschrieben. Genau. Und dann gehen wir zu der Box nochmal und, ja, sie ist wirklich ein Schmuckstück, möchte ich sagen. Ich nehme mal den Pick-Up heraus, denn, ähm, das können wir dann ganz gut uns miteinander anschauen. Hier habe ich nochmal in klein so ein Köfferchen gebastelt, der dann quasi aussieht wie die Explosionsbox an sich und der Pick-Up, der ist aus Stanzformen mit dem passenden Stempel-Set Ride With Me. Also, das ist der Pick-Up. Hier kann man dann, ähm, das sind die Räder und da habe ich dann hier vorne, ihr könnt es erkennen auf dem Nummernschild, hier das hier, das war dann zum, übrigens zum 50. Geburtstag dann. So habe ich das hier bestempelt und koloriert und das ist aus Grundweis gestaltet, der Pick-Up mit den passenden Stanzformen. Denn es ist eine Reise, die die Beschenkte unternimmt und da fahren sie, glaube ich, mit Pick-Ups ähm, oder halt solchen, ähm, kleinen Busle, wie man im Schwäbischen sagt. Also, ja, und dann habe ich das ganz süß gefunden mit dem Pick-Up und dem Koffer auf der Ladefläche, ja. Und dann gehen wir ein bisschen näher ins Detail. Also die Box 20 cm und 10 cm hoch und, ähm, dann habe ich hier das Designer-Papier aufgeklebt. Da habe ich das aus der Heiligen Nacht mir dieses Designer-Papier zurechtgeschnitten aus dem oberen Teil, denn ich fand, das kam dieser Sandwüste so wirklich sensationell nahe und für die Rückwand habe ich mir diesen Teil aus dem anderen Designer-Papier ausgeschnitten und das zeige ich euch nochmal. Und dann habe ich aus früheren Stanzformen, es gab mal die Heiligen Drei Könige, da gibt es diese Stadt, die habe ich dann aus Gold ausgestanzt. Dann kommen wir doch vielleicht gleich mal zu ihm hier, dem Kamel. Das ist ebenfalls aus dem Set Heilige Nacht. Da habe ich einfach noch mit den Goldstiften ein bisschen gearbeitet und dass der ein bisschen besser steht, habe ich das hier an einem Bambusstäbchen mit Heißkleber befestigt. Und das hier, das ist das Dekogras, das ich euch zum Eingang gezeigt habe. Also das ist einfach hier so ein Dekogras und dann habe ich mir oben immer wieder kleine Teile abgemacht. Und das findet ihr einfach im Dekofachhandel oder beim Gärtner. Also die haben ja manchmal auch so Trockenblumen. Das war dann irgendwie total super und dankbar. Und ja, das Highlight für mich ist natürlich irgendwie das Zelt. Ich hoffe, ich kann das jetzt mal schön einfangen. Da habe ich einfach diese Bambusspieße angefangen, hinten aufzustellen. Also ich habe erst mit dem angefangen und dazu habe ich mir diese kleinen goldenen, die findet ihr auch hier unten. Das ist von Raya, das ist für Ketten und Armbänder. Das sind solche Verschlüsse, die habe ich da gefunden und fand es ganz entzückend mit dem Gold da dazu. Und dann habe ich mir erst mal die Stäbchen, diese Dinger auf die Stäbchen aufgeklebt und dann habe ich den hinteren festgemacht und dann den nächsten und dann habe ich die immer mit dem Leinenfaden verbunden und auch hier. Und ihr seht, wenn wir die Explosionsbox zusammenklappen, also ich habe alles festgemacht bis auf den Pickup und wenn wir es zusammenklappen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass auch hier die, diese Teile, also diese Pflöcke, wo es festgemacht ist, dass es auch reinpasst und auch das Kamel, könnt ihr das sehen, man muss es so machen, dass das Kamel wunderbar hier reinpasst. Und das habe ich dann quasi festgemacht. So, jetzt haben wir eins verloren, das werde ich aber wiederfinden. Genau, hier ist es schon. Kein Problem, das könnt ihr auch gut mit Tombow festkleben, wenn es nur so ein bisschen ist. Das hält dann gut. Also sie ist eigentlich gedacht zum Hinstellen und nicht zum ständig irgendwie rumschuckeln, aber ich möchte es euch natürlich von jeder Seite zeigen. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das hier stramm spannt. Und hier habe ich einfach ein weißes Stück Stoff reingepiekst, runterhängen lassen, aufgewickelt und hier mit ein paar Stichen festgenäht. Und nähen ist schon das nächste Stichwort, nämlich hier diese Kissen für dieses doch so bequeme Zelt. Die habe ich ebenfalls aus Stoff genäht, mit Füllwatte gefüllt und dann mit dem Heißkleber aufgeklebt. Und ja, ein Highlight finde ich auch ist dieses T-Service und das ist quasi aus für Puppenstuben ein T-Service und das habe ich festgeklebt auf den auf dem Teppich, den ich mir hier aus Farbkarton und zwar ist das Terracotta und dann muss das Abendblau sein. Abendblau oder Marineblau, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und dann habe ich das wunderschöne Altgold verwendet und dann auch wieder das Designerpapier, denn bei dem Sand, die Rückseite ist hier diese tolle Optik und das fand ich einfach für diesen Teppich total genial und dann habe ich einfach dieses T-Service auch ebenfalls mit Heißkleber aufgeklebt. Ja, und das Meer. Das Meer ist Aquarellpapier und da habe ich mit den Wassertankpinseln gearbeitet, erst das Papier nass gemacht und dann die Farbe aufgebracht. Es sind ganz viele verschiedene Blautöne von den Farben von Stampin' Up. Da ist Marineblau, da ist Abendblau, da ist Babyblau, da ist ein bisschen Lagunenblau, dass es hier so türkislich wird und so. Einfach mehrmals immer wieder geföhnt, dass hier diese tollen Ränder entstehen und wieder drauf und dann habe ich mir das einfach gerissen, dass das so diese Wellen-Optik gibt und ja, das finde ich eigentlich total super. Der Pickup, den habe ich absichtlich lose gelassen, den kann man dann rein- und rausfahren. Und hier hat es nun einen Tag, da hat es Platz für gute Wünsche, viel Glück für dein Abenteuer, genieß den Augenblick. Das ist aus dem Set Das Abenteuer wartet und das passt einfach total toll da dazu und das habe ich Gold und Blau embossed und auf der Rückseite werden wir da noch gute Wünsche schreiben und das ist Pekanus und ebenfalls die gleichen Eilets, die ich für den Kofferdeckel verwendet habe. Das einfach wieder, wie immer, ihr kennt schon, alles zusammenpasst. Genau. Und hier habe ich noch einen großen Tag gemacht mit der 50, das sind die großen Zahlen, die Standsform, große Zahlen und hier zum Geburtstag das allerbeste für dich und da habe ich zwei Sprüche kombiniert Perfekter Geburtstag zum Geburtstag das allerbeste für dich kombiniert mit so gesagt und dann für heute, morgen und für immer und immer da habe ich den Spruch quasi zusammengesetzt und auf der Rückseite habe ich noch deine Freundschaft ist ein Geschenk und der kommt ebenfalls aus dem Set so gesagt ja ihr Lieben es ist wirklich ein muss ich sagen spektakuläres Projekt und ja es war Wahnsinn von der Idee bis zur Entstehung aber ich finde es einfach nur total gelungen und ich hatte so so viel Spaß dabei ja und das ist nochmal der Deckel und ich würde sagen wir klappen einfach alles nochmal zusammen dann seht ihr auch dass das richtig gut funktioniert so der Koffer ist gepackt die Reise kann losgehen und ja ich hoffe ich konnte euch ein bisschen inspirieren was alles möglich ist aus wie gesagt ganz einfachen Designerpapieren und Farbkarton und ein bisschen Deko Schnickschnack und dann noch ein paar Stempeln und dann könnt ihr so eine wunderbare ganz ganz besondere Explosionsbox basteln zum Geburtstag zur Hochzeit oder wie auch immer wie es für euch gerade passt zu dem Anlass und ja ich kann euch nur ermutigen es auszuprobieren es ist mega und macht total viel Freude ja dann bleibt mir nur zu sagen ich hoffe wir sehen uns hier ganz bald wieder auf meinem Kanal und ich wünsche euch alles Liebe und ich freue mich schon aufs Verschenken bis bald eure Daniela von sauberhaft minus stempeln .de bis bald 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 Amen.